Manali ist ein Stadtteil von Chennai, der Hauptstadt des indischen Bundesstaats Tamil Nadu. Manali bildet eine von 15 Zonen Chennais und umfasst sieben Stadtviertel. Manali liegt im Norden Chennais rund 12 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Manali ist ein wichtiger Industriestandort und verfügt unter anderem über eine Erdöl-Raffinerie, petrochemische Industrie und Düngermittelproduktion. Während Manali durch das Wachstum Chennais mittlerweile stark urbanisiert ist, sind die nördlichen Teile der Zone Manali noch deutlich ländlich geprägt. Bis 2011 war Manali eine eigenständige Stadtgemeinde im Distrikt Tirovalur mit einer Fläche von 16,0 Quadratkilometern und 28.597 Einwohnern. Der Ort war aber längst mit Chennai zusammengewachsen und zu einem Teil der Agglomeration Senne geworden. Durch die Stadterweiterung Chennais wurde Manali auch administrativ in Chennai eingegliedert. Die ehemalige Stadtgemeinde Manali bildet zusammen mit den ebenfalls eingemeindeten Gemeinden Edayan-Javadi, Sadayan-Kopam, Kadapakam, Theumpakam, Mether und Wadaparumpakam die Zone Manali.